Shark Bay Shark Bay ist eine Bucht ungefähr 850 Kilometer nördlich von Perth, ungefähr von der Größe her die Hälfte der Schweiz. Und in Shark Bay befindet sich eine unglaubliche Vielfalt an Meerestieren. Wir haben Dugongs, also Seekühe, die größte Population in der gesamten Welt. Wir haben Haie, wir haben Schildkröten und natürlich die Delfine, an denen wir hier von der Universität Zürich seit 1984 arbeiten. Also hier sieht man ein sehr interessantes Gruppenverhalten bei Delfinen. Es sind zwei Gruppen, zwei Allianzen. Das sind die Primas hier und hier kommt eine andere Allianz gerade reingeschwommen unten ins Bild. Man kann sehen, die wirklich, die schwimmen so aufeinander zu. Jetzt gleich wird es hier auch zur Sache gehen. Ein Delfin hier, der arme Diet, der bekommt alles ab, schwimmt halt weg hier unten. Der wird von der Allianz, die da oben war, angegriffen. Die Allianzen sind extrem wichtig, wenn es um die Fortpflanzung der Delfine geht. Die Männchen fangen an, diese Allianzen zu bilden, wenn sie ungefähr zwei bis drei Jahre alt sind. Und die verbringen ihr ganzes Leben mit diesen Allianzpartnern. Und im höheren Alter, so bis 12, 13 Jahren, dann werden diese Allianzen extrem wichtig für den Reproduktionserfolg der Delfine. Was die Delfingruppen machen, die trennen die Weibchen ab, wenn die paarungsbereit sind und dann monopolisieren sie die Weibchen bis zu 40 Tage. Und innerhalb dieser 40 Tage verpaaren sich alle Männchen mit diesem einen Weibchen. Und unsere Forschungen konnten zeigen, dass wenn man in keiner Allianz ist, also kein Allianzmitglied ist, hat man auch keinen Fortpflanzungserfolg. Also diese komplexe Gruppenbildung bei den Delfinen, diese Kooperation auf mehreren Ebenen, ist wirklich extrem selten im Tierreich. Die Tiere, die kooperieren in offenen Netzwerken, das heißt, die kommen im Laufe des Lebens mit sehr, sehr vielen neuen Individuen zusammen. Und das sehen wir in dem Maße eigentlich nur bei Schimpansen und auch im ganz besonderen Maße bei uns Menschen. Die Frage ist jetzt natürlich, was wir von den Delfinen lernen können, auch über uns Menschen selbst. Und es ist ein sehr wichtiger Forschungsansatz, in dem man erstmal nach Gemeinsamkeiten sucht. Also zum Beispiel komplexe Sozialstrukturen oder auch Werkzeuggebrauch. Das waren Dinge, die vor 40, 50 Jahren eigentlich nur Menschen zugeschrieben wurden. Das heißt, Menschen können das und Tiere können sowas nicht. Und die Forschung in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hat gezeigt, dass viele von den Dingen, die früher nur Menschen zugeschrieben worden sind, auch bei Tieren zu finden sind. Komplexes Sozialverhalten oder auch, wie gesagt, den Werkzeuggebrauch. So ein Beispiel dieses Werkzeuggebrauchs sehen wir hier. Man sieht hier einen Delfin, das ist Liese. Die ist sehr bootfreundlich, kommt sehr nah ans Boot. Und sie trägt einen marinen Schwamm, einen Schwamm vorne auf der Schnauze. Und diese Schwämme werden als Werkzeuge benutzt. Wenn die Delfine unten an den Boden gehen, versuchen sie Fische aufzustöbern, die sich im Sediment verstecken. Und diese Schwämme wirken wie eine Art Handschuh, also die schützen die empfindliche Schnauze der Delfine. Und wenn die Delfine runtergehen, dann werden die Fische aufgescheucht, die Delfine lassen den Schwamm fallen, schwimmen hinter dem Fisch her, greifen den Fisch, kommen zurück und nehmen den Schwamm als Werkzeug wieder auf. Und das Besondere an diesem Werkzeuggebrauch bei den Delfinen ist, ähnlich wie bei Menschen, ähnlich wie bei Menschenaffen ist, dass dieses Verhalten sozial erlernt wird. Also die Delfine lernen, erlernen dieses Verhalten von ihren Müttern. Also auch hier bei Delfinen, ähnlich wie wir das bei Primaten und auch bei Menschen haben, spielt soziales Lernen von Techniken, die man benutzen kann, eine große Rolle. Eine andere mögliche Form des Werkzeuggebrauchs bei Delfinen ist diese sogenannte Schelling. Hier treiben die Delfine Fische in leere Schneckengehäuse. Das ist auch sehr selten, das kommt nur in Shark Bay vor. Wenn die Fische in die Schneckenhäuser reingetrieben worden sind, dann stecken einfach die Delfine, wie man das hier sehen kann, ihre Schnauze in dieses Schneckengehäuse, bringen das zur Oberfläche, schütteln, wie man das wunderbar bei diesem Delfin hier sehen kann. Und der Fisch fällt dann irgendwann in die Schnauze des Delfins und man hat eine wunderbare, einfache Mahlzeit. Auch hier dieser Werkzeuggebrauch sehr ungewöhnlich. So wie wir das wissen, ist das die einzige Population weltweit in Shark Bay, die Werkzeuge zur Futtersuche gebraucht. Das heißt, wir wollen jetzt, wenn wir den Menschen verstehen wollen, müssen wir erstmal gucken, was haben wir gemeinsam? Was kann unterschiedlich entstanden sein in unterschiedlichen Tierarten? Und wenn wir das herausgefunden haben, welche Mechanismen zum Beispiel zu großem Gehirn geführt hat, dann können wir näher auf den Menschen schauen, was ist wirklich bei Menschen einzigartig. Und die Forschung denkt, das sind hauptsächlich zwei Sachen, die hier sehr wichtig sind, die uns Menschen einzigartig machen. Das eine ist die Sprache und das andere ist die kumulative Kultur. Die Sprache ist sehr wichtig, weil so Wissen weitergegeben werden kann, weil so halt Traditionen entstehen, dass man halt Wissen zwischen Generationen weitergibt. Und kumulative Kultur ermöglicht uns Erfindungen, die gemacht worden sind, wie zum Beispiel gewisse Werkzeuge zu gebrauchen, die auch im Laufe der Zeit zu verfeinern und zu verbessern. Und das ist genau das, was wir bei Tieren nicht sehen. Das heißt, diese beiden Sachen, Sprache und kumulative Kultur, sind wahrscheinlich die Gründe, warum wir als Art unheimlich erfolgreich sind, dass wir Afrika verlassen konnten und dann in sehr, sehr kurzer Zeit den gesamten Globus besiedeln konnten. Und das ist ganz wichtig. Vielen Dank.